Auf dieses Spiel habe ich mich wirklich schon den ganzen Abend gefreut. Haltet euch fest, ich glaube, das gab's in dieser Form noch nie im deutschen Fernsehen. Sie kennen vielleicht aus ihrer Fernsehzeitschrift so ein Spiel, Finde den Fehler. Wir spielen das in der Live-Family-Edition. Was heißt das? Ich darf vorstellen, Familie Hinze. Herzlich willkommen. Von denen mache ich doch gleich mal ein Foto. Und das ist das Fantastische, das gibt's auch nur im Fernsehen. Zack, ist das Foto fertig entwickelt und ausgedruckt für unsere Kandidaten. Denn jeder von euch kriegt einen Ausdruck des Fotos. So sieht der aus. Und was unsere Kandidaten gleich hier im Studio machen, das können sie zu Hause natürlich auch mitspielen vor ihrem Fernseher. Sie sollen Unterschiede feststellen. Was denn für Unterschiede, höre ich schon euch fragen. Ihr sollt die ankreuzen, die ihr findet. Denn wir haben Familie Hinze nochmal hier. Geklont. Wir haben sie nicht geklont, sondern wir haben uns die Laune der Natur zunutze gemacht. Wir haben sie fast identisch. Noch einmal. Achtung, haltet euch fest. Hier ist Familie Kunze. Das gibt's doch nicht. Sind die exakt gleich? Nein, wir haben an jedem drei Dinge verändert. Insgesamt neun Unterschiede zwischen denen und denen. Und ihr habt nur 30 Sekunden, alle neun Orte einzukringeln ab jetzt. Wir haben die貨z, bis jetzt hier her und wie. Bis zum nächsten Mal. since die koi-feiert werden,